ja leute willkommen zurück zum neuen video wir werden heute wieder genug geld farmen bis wir wieder unsere frucht haben letztes mal hatten wir die lava frucht dann haben wir uns dieses dreifache schwert gekauft und dann ist es so passiert dass auf jeden fall dann schlagen wir Leute, ihr könntest den alles mal vielleicht in Nahtap, äh, wenn wir alles in Nahtap machen, dann können wir vielleicht bessere Saki als nur die Arme. Wir brauchen 37.000. Und... 5... 5... 5... EIJA! 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 EHE! Scherzz! Auf jeden Fall letztes Mal... Boah! es wäre so cool wenn wir full body hockey haben so schön einfach wer weiß wie man full body hockey kriegt bitte schreibt unten in die kommentare rein weil wirklich ich brauche dann warten wir auf den gorilla könig ich glaube der abbruch nicht so dann könnte jetzt der aber ein freund von mir der leute 700 oder so ist hat gesagt die wir im inventar haben wenn level unter dich also der schwäche ist nicht angreift sonst nicht so richtig die nächste frucht die wir kriegen tun wir uns hier darf wo wir hier da jungen doch doch Da Hatte ich auch nicht da vielleicht kriegen wir eine gute frut von denen was ist eis vielleicht können die englisch sprechen Der Typ hat Dough Oh! Vielleicht äh... Hä? Hm. Hm. Er sagt, unser Skin ist einfach mal eklig, Junge. Der ist einfach mal Loob. Der ist Loob. Der ist ein Loob. Der hat einfach mal Loob. Wieso haben wir alle diese guten Früchte? Und wir haben einfach schon auch eine gute Frucht, muss ich sagen. Aber wir haben nicht die beste Frucht, müssen wir auch sagen. Und wir hatten früher die Lava-Frucht, also die Magma-Frucht, die wir jetzt eh nicht mehr haben. Aber das ist ein Leere. Ah, wie alles sich erinnert. Ich weiß nicht, wie es gut geht. Sigma Pirates, ich glaube ich bin. Hopp, ja. Noch einen. Wer ist denn die? Die hat einfach nur eine Axt und ein Schwert. Und wir haben ein dreifach Schwert. Welche Frucht haben die? Das ist nicht die Frage jetzt für Michael. Wir haben natürlich eine gute Frucht. Oh! Ähm, okay. Okay. Oh, Gorillaz! Was ist das? 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 Das war's für heute. Ich hab dich genug und hab Fireflame-Harmungen. Wieso gibt's so viele, die ultra-gute Früchte haben, muss ich sagen. Geht einfach mal Doppelkunde? Oh! 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 Oh, nein! Oh, nein! Was? Das war's für heute. Oh Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Oh. Wo ist die Sage? Moment. Da können wir Geld ausgeben beim Saw? Ja, weil wir können ein... Vielleicht ein... Oh. Hä? Wir hätten davor 14. Money Glitch! Scherz. Wir müssen nicht da hin. Bei der anderen. Wir sind viel schneller mit dem Boot. Viel schneller. Ja, get a Revy Board. Ah, da ist das schon. Gib Gas! Boah, ist das Ding schnell. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr schnell. Für ein Boot. Ja, ich mach das später. Lass mich. Verlassen. Nein. Entgleisen. So, 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 so. Wir brauchen die Saw. Ich will so ein Schwert. Wo ist der? Da! Komm ich helfe dir. Ei! Eiii! Eiii ja! Eiii ja! Eiii ja! Eiii ja! Der Typ ist wahrscheinlich der Dumb-User. Aja! 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 Na ja! Wer kennt den Meme nicht? Also wer den Meme nicht kennt, ist nicht schlimm, aber... Ui! Ui! Ui da! Komm! Und... Ui Tom! Wing Tling! Und... Schlag! 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 Ja! Ja! 66! So würde ich ihn ausmachen. Gibt's überhaupt nicht hier? Oh! Entschuldigung! Ah! Immer noch nicht meinen ganzen Körper! Äh! Leute! Okay! So! Was gibt's denn hier für ein Angebot? Rauch für 100... Hm... Ich kann mich dran erinnern... Hm... Hm... Wir hätten gerne... Wollen wir die Rauch haben? Ne... Aber wenn wir... ... ... ... ... ... ... ... 5 0 ... ... ... ... ... ... meine ich in diesem spiel hat es jetzt die frage ja weil ich wünschte ich hätte grobachs dass ich mit dieser kliffen kann und was der beste und die drei die drei würde ich mir aber wir sind ja nicht hier die ganz nicht cool ich habe hatte man level 200 glaube ich oder 100 100 boss das bedeutet wir so wir gehen wir auf boobie bobby jasa 800 wir haben schon 20 krass wir sind der tank aller tanks stecken alles weg tanks aller tanks stecken alles weg denn wir sind die besten die schmerzen die schmerzen das ist boah kann ich so auf er rennen 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 stein allein und vielleicht lernen wir später dax wenn wir wollen das ist die frage wollen wir das mit den füßen kämpfen denn danach haben wir eine andere kampfform und ich hätte gerne eine andere kampfform wisst ihr ja wie darf ich halt so handkämpfen ist boring ok 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 Ich bin nicht um. Ich bin nicht um. 150.000 Amoin. 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 Nix. Alter. Sarah geht weiter. Sarah geht weiter. Sarah geht weiter. Oder weh. Dann gehen wir mal auf Piraten. Manchmal werden die Piraten voll irgendwie langweilig. Ja, weil desto mehr und desto mehr man kann. Desto stärker und desto stärker wirst du. Komm, machen wir schon frei. Und wir haben auch schon drei. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Ah! Nein, wir wollen... Nein! Hier! So! Äh, Entschuldigung. Mein Setup. Hm? Ah, da bist du. Ah, da bist du. Die Frucht aufzuleveln ist schwer. Und gleichzeitig nicht so schwer. Kann man sagen. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Ah! Ah! Äh, Leder... Eins, wie viel Leder hab ich jetzt? Drei. Okay. Okay. So. Okay. Na, Moinsen. Na, Moinsen. Ui. So. Fünf. Schlag. Schlag. Ding. Komm. Bist du... Ah! Uh! Ui. So. Schlag. 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 Immer in Aktion bleiben, Jungs. Ich wär fast eingeschlafen. Lasst euch nicht entschlafen. Also, ihr seid nicht entschlafen. Wer alles Haki hat, ist cool. Scherz. Jeder hat einen... Kampf! Kampf! Was ist mit dem Typ passiert? So, 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 so. So, so, so. So 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 so. Äh, was ist hier los? Irgendwann Gamelaze? Bitte? Hülfen? Was ist hier? Ist okay bei dir? Bin ich ähnlich. So 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 so. So. So, gehen wir mal auf, hier... Und so, 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 so... ...so, so, so... Und schon 33 000. Und 74, und 38... Ok. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Ah! muss meinen typen sehen der die smoker hat wenn der angegriffen werdet wird oder so kann man auch sagen dass er wenn das level halt weniger ist als er dass er halt angegriffen wird also dass er keinen schaden kriegt ja ich habe die smoker frucht und ich habe diese eine früchte haben das war der letzte und danach sind alle gegangen das so so aus wie das die 250.000 immer diese ähm, den auskunden. Wie heißt es? Die Insel. Das Blocksfluss-Dealer. So ist hier nicht. Das ist ein Weapon-Dealer. Ja okay, aber kein Sword-Dealer. Ja, jetzt haben wir endlich genug. Jetzt können wir zu Dämon uns uns ein ähm, eine Frucht holen. Ja komm. Bei Boot. Ja. So. Ab zur Insel! Wo die meisten toxischen sind. Nämlich hier hin. Miau. Zucka, 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 zucka. Ey, oh Leute. Vielleicht sehen wir hier was Neues. Vielleicht kann ja sein. Man weiß es ja nie. Aber ich hoffe, wir haben genug Geld, dass wir endlich mal eine Frucht ziehen können. Was ist sowas eigentlich für Pokémon-Karten aus dem Pokémon-Pack? Der Dealer ist das Pack mit den Pokémon-Karten. Und du bist derjenige, der das kauft und danach öffnet. So denke ich es mir grad eben im Kopf. Wenn es nicht so ist, Leute, schreibt es in die Kommentare. Aber wer kennt nicht den alten Blocks-Fruit-Dealer? Der Neue sieht so irgendwie Naruto- oder so mäßig aus. Aber glücklich. In Ordnung. Siebenunddreißig. 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 Zufällige Fruit. Bombenfrucht. Die Bombenfrucht. Ja. Die Bombenfrucht. Könntest du mich verkackern? Die Bombenfrucht. Die Bombenfrucht. Die Frucht, die ich liebe. Ist hier. Die Frucht, die ich nicht liebe. Ist hier. Ich will die auch nicht essen. Komm, iss die Frucht, Junge. Iss die. Ich hab gesagt, iss die. Wollten mir nicht zuhören. Wieso diese Frucht? Why? Wir haben auch schon die Bombenfrucht in den Winter. Und ich kann den nicht neu reinmachen. Ja, ich möchte diese Frucht noch haben. Soll ich die Smokers probieren? Frag ich mich jetzt. Was macht denn die gute alte Smokers? Ich weiß mal, wird der Rauch. Aber... Freunde von mir sagen... Aber was heißt Freunde? Zwei Freunde von mir sagen. Oder einer. Einer von... Der Bloxman spielt. Der auch das Ultra-Butter drin ist. Level 700. Sagt... Dass... Wenn mal... Die hier ist. Und mal von einem Level, der niedriger ist, als derjenige angegriffen wird. Das mal... Dann... Kann ich die Bombenfrucht verkaufen? Ähm... Auf jeden Fall, dass man dann... Kalt... Wie heißt das... Äh... Kein Schaden kriegt. Von jemand, der nicht das Level ist wie du. Gerade eben. Sagt ein Freund von mir. Aber ab zur Arena. Oder zur... Ne, zu dieser Insel geht noch nicht. Ist glaube ich Second Sea. Second Sea. Oder ist es Second Sea? Das weiß ich gerade eben nicht. Und... Dann fahren wir hier lang. Und später tun wir Haki-Upgrade mit dem hier. Mit dem, äh... Schnitzel. Lustiger Name, Schmerzl. Und wir haben gerade eben nur Arm-Haki. Und wir wollen, ähm... Body-Haki. Also, dass der ganze Körper Haki hat. Also... Auf Deutsch nennt man das Aura. Auf... Gut gesagt, Aura. Okay. Okay, dann mach ich's ganz hier. So. Wir sind jetzt hier. Normalerweise... Gibt es hier. Kämpfe... Oh! Ich sehe hier schon mal eine Frucht. Äh, was für Frucht... Äh! Ja! Wow! Wir sind der König der Welt! Scherz! Wo ist die Klingel? Äh... Tore-Krieger und Klingel... Alter! Spiegel! Und wo sind die Tore-Krieger? Welche Serven seid ihr? Jetzt bin ich richtig schön. Das bedeutet, nur so welche... nicht die... Weiß... Wo sind die Tore-Krieger? Und was ist das? Das ist das... Nein! Warte! So... Ich bin ein... Warte! Warte! Und das? Die Togatrieger sind schwer! Kann ich das denn machen? Hm? Was kannst du dagegen machen, Togatrieger? Hm? Wir sind einfach mal so stark. Wir schaffen Schaden einem zu geben, der Level 250 ist. Nur weil wir Reichweite haben. Aber ich habe mal gesehen, dass man bei der Smokefruit fliegen kann. Komm schon. Es gibt manche Leute, die machen aus sowas wie ich bloß mit Darkblades. Und Darkblades sind sowas, glaube ich, die stärksten Schmerzen im ganzen Game. Alter! Oh, das ist so cool. Das ist so cool, das ist so cool. Oh! Das ist so cool. 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 Was, ich helf! Das ist so cool. Ich habe jetzt mal vonious Trunfantけて Aber wir haben eine neue Attacke. X! Das war von Satz mit X. Aber... Wer braucht die Bombenfrucht? Irgendwie will ich die da essen. Aber ich hab die Bombenfrucht-Ding im Inventar und ich kann die nicht droppen. Au, mein Nacken. Wachs deinen Namen, knall. Hallo. Das war der Dio. Dio hat einfach leid. Ja, man hat so leid. Oh, wow. Boah. Das nimmt ja fast alles an. Hat aber auch einen guten Grund. Okay, nachholen. Boah, ist das einfach so krass. Wenn wir Smash danach Cannon und danach Schlag machen. Oder Smash und Cannon. Boah, Moment. Schlag. Cannon. Ah! Das ist nur, wenn wir Smash machen. Ähm. Braucht ihr mal die Bombenfrucht? Ablegen. Ablegen. Ich kann jetzt ne Frucht ablegen. Frucht. Frucht. Ablegen. Okay. Items. Entfernen. Ablegen. Okay, tut mir leid. Wir sind einfach so OP. Stellt euch das vor mit Haki. Alter. Er ist ultra stark. Wenn mal. Das hier. Dem. Und lass doch einfach mal Haki upgraden. Bis auf den Beinen. Bis zu den Beinen. Aber meine Attacke. Okay. Ich hab nicht dieses. Ähm. Wie heißt das? Ich brauch 150.000. Dass wir das Ding kriegen können. Wir haben einfach Rauch. Nein. Unbedingt. Ich will nicht brauchen Frucht essen. So schlecht als meine grad eben Frucht. Ich hab's nur noch mit Haki an. Mehr hört sich so an wie Weehir. Ach. Vielleicht bei. Ah. Der ist wahrscheinlich unter Second Seed. Mhm. Wohh. Das ist äh. Meine Bounty sind also nicht Wurst. Können wir auch dazu sagen. Mhm. Ja. Nein, meine Smoke-Frucht! Hätte ich die doch gestört! Ich... ahhh! Oh, komm schon! So hab ich wahrscheinlich mein Ding verloren! Meine Mama! So kann man aus noch nicht mehr... Oh, komm schon! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ach, komm schon! Komm! Ich weiß, wir haben sie gerade eben erst... Komm, lass ausprobieren, was die macht! Ja, essen! Tschüss, Bungo! Wollt ihr mich facken? Kack-Eier! Wollt ihr nicht facken? Kack-Eier! Kack-Eier! Hacken! Oh Gott! Mit Glück habe ich noch die Bombenfrucht! Das waren meine ganzen Früchte! Hier ist Hauptsache echt besser! Tschüss Hacken! Ich bin glücklich, dass du nicht mehr da bist! Hauptsache kenne ich mich mit der aus! Ja, ähm... Ich hatte die auch früher, bevor ich eigentlich Gumm-Gumm hatte! Also macht's auch nichts aus! Ich hoffe irgendwann mal finden wir eins der besten Früchte, die es gibt! Einer der besten Früchte, die es gibt! Oder jemand ist einfach mal so ehrenhaft und schenkt uns doch! Oder so, so! Das wär so ehrenhaft! Jetzt wurde einfach alles schlimmer! Wir haben die Hackenfrucht, die gar nicht mal gut ist! Nummer eins! Nummer zwei! Ich hab's mit der ich die Frucht tauschen kann! Nummer drei ist... Hey, die können uns doch ausgeben als ja hier! Da krieg ich aber noch bessere Früchte! Moment! Echt, das ist doch gar nicht mal so schlimm! Bombengriffen! Was würde eigentlich passieren? Ja, ich weiß, jetzt haben wir so! Aber was würde passieren, wenn wir so machen und wir benutzen... Ja, weil wir haben jetzt eine Bombenfrucht! Die mir ultra arg weh tut! Aber... Alles was passiert, sagen wir so, wollte Gott! Du hast mir meine Fröchte noch, die ich eigentlich essen wollte! Ja, 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 ja! Papa, Papa, Papa! Rede da an den Korps! Oh, hier stimmt der Siegel 4 Monkeys! Ja, weil ich hab mal gehört, bei ultra hohen Inseln, die ultra... Wofür man ein riesiges Level braucht, dropen wir voll oft die ultra guten Früchte! Also, soweit wie ich weiß, gehen wir danach zu dieser Inselfrucht, zu dieser Wolkenfrucht! Und ja, der fehlt... Oh, und... Äh... Egal... Ist auch egal... Verlassen... Nein, ich möchte nicht zu Saus... Leider haben wir jetzt die Bombenfrucht... Ja, als wir diese nicht coole Hakenfrucht gegessen haben... Wie... 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 Warte, Wie... Ja, ja Leute, das war's für heute! Euer Icebreaker, und je-